Musik 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 Gestern habe ich echt einen guten Gag gebracht Das ging darum, ähm Werner Enkel hat 200 Zigaretten am Tag geraucht, sagte er Und nimm einen Zug und so weiter Und hat einen Zug genommen von München auf Twistring Schlauze da hinten Musik Wann witz? Wann witz? Ja Musik Der wiederholte Witz Der wiederholte Witz Carsten, du bist doch gut Das war ganz gut, ne? Ja Wie gesagt, hat er einen Zug genommen Und sonst hat er halt Zug gekriegt wegen Mangel Der schöne Witz, ähm Eben die sehr gute Band Friedrich Sandleit, die eben gespielt hat Nochmal Applaus Echt eine geniale Band Der Keyboarder Bern Der kam jeden Monaco-Franze-Dialog auswendig Das ist echt großartig Echt großartig Also nächstes Jahr dann wieder hier sowas Und so Sandkunft Friedrich Sandleit Ritterium Genau Und nächstes Jahr ohne Musik 5 Euro mehr und nur eine Monaco-Franze Das wird ja krank Ja genau Werner Enkel, schade, dass er gestern nicht da sein konnte Und wie wir das ausgesehen haben in Westring Ungefähr so Selten sah man ein Lächeln Auf Wernerst gesehen Auf Wernerst gesehen Genau so, das ist nicht schön Das ist nicht schön Das ist sehr schön Geh in die Koje Und gräme dich nicht Und gräme dich nicht Und gräme dich nicht Ach so Auf diesem, auf jenem Was es auch sei Nimm mal nen Zug Also Zug Was es sei Und sei Einfach dabei Einfach dabei Aber damals noch mal Für meine Schätzchen Ganz fast ش pur Ich glaube wir in die Welt Ach so Ich habe dich auch Ich glaube ich Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.